Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Titanfall. Dabei ist der Sips LP, der Kapuzenwurm und der Mörser. Servus. Und wir machen heute, wie versprochen in der letzten Folge, 2 on 2. Mörser und ich gegen Kapuze und Sebastian. Jetzt geht's los. Und wir haben uns darauf geeinigt, die Titans, die lassen wir zwar runter, aber wir benutzen die ja nicht. Genau, ein bisschen zu stark sind die. Ja. Im 2 on 2 ist es ein bisschen heftig. Okay. Dabei habe ich mir gerade so einen schönen Titan zusammen gebastelt. Aber mal gucken, vielleicht rastet der auch so aus, ohne dass ich den steuere. Nein, bitte nicht. Litt es bei euch auch gerade? Ja, es lädt noch. Okay, das kam mir schon sehr lange vor. Eine sehr lange Eingleitung. Ich kann aber sagen, meine Finger stecken nach Knoblauch. Yummy, yummy. Aus Nervosität oder mit einem anderen Hintergrund? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du fängst echt nach Knoblauch an zu stinken, wenn du nervös wirst. Ja, aber das wäre schlimm, ne? So eine Knoblauchdrüse im Körper, ey. Die Kno, ne, die Knodrüse. So, was nehme ich denn mal hier? Geht's schon los bei euch? Ja, natürlich. Warte auf Spieler, 2 von 8. 3 von 8. Jetzt bin ich drin. Ich bin doch nicht drin. Was ist los da? 3 von 8? Geht doch gar nicht. Oh, leil, ich hab... Ach, nee. 2 von 8? Ja, hat er angezeigt gerade. Oh, ich glaube, ich habe wieder diesen... Oh, ich glaube, ich habe wieder diesen Kack-Fehler. Welchen Fehler? Ich connecte danach. Ja, weißt du, dass ich nicht reinkomme? Den hatte ich schon. Ich connecte danach. Was soll ich denn jetzt machen? Allein oder was? Ja, du machst... Jetzt machst du's alleine, ganz ehrlich. Okay, okay. Aber guck mal, guck mal. Dann können wir euch auch nur die Hälfte so oft töten. Ja, wenn's jetzt... Nee, gar nicht. Das stimmt nicht. Mit mir kriegt's kein Kino. Aua, Granate. Ja, schön, ey. Wo ist er? Schön in die Fresse. Aua. So. Da ist er. Aua. Jawoll. Hast du deine eigene Granate noch gefunden? Oder wo kamen die her? Weiß'n nicht. Weil meine war das nicht. Sipf, wie schlägst du dich dabei? Schlägst. Für uns gut. Schweigt, Gegner. Durchreden wir nicht. Kommst du denn jetzt wieder rein gleich? Ja, ich probier's gerade. Eventuell. Ja, Massen-Schlägerei. Aua, Aua. Jawoll, da habe ich noch gekriegt. Was habe ich denn für Burn-Cards? Oh, oh. Sebastian holt die Burn-Cards raus. Er zückt sein Meister-Deck. Da ist er schon wieder. Hab ich sehen. Ich spiel jetzt Yu-Gi-Oh! in Titanfall. Ich hab ihn doch gesehen da gerade. Ich hol jetzt gleich mal einen schwarzen Magier. Dann bist du richtig gefickt. Ich hol gleich mal einen schwarzen Dill. Dann bist du richtig gefickt, ey. Oh, ich hab da irgendwas getroffen. Nein, hast du nicht? Doch, hab ich. Nee, hat er nicht? Ja, meine Keime. Nein! Sorry. Ach, schade. Da habe ich dich noch nicht mal getroffen mit der Granate. Tim, es gibt dir Mühe. Doch, ein bisschen. Ich musste meine Sense ein bisschen einstellen. Die war super langsam. Oh, der Kapuzenwurm ist schon wieder da, ne? Ich bin da? Also hier stehst du zumindest drin. Ja. Warte, jetzt höre ich auch. Jetzt kommt gerade. Das ist ein Strike-Einsatz. Jetzt kommt dir gerade. Jetzt komme ich gerade. Nein, nein, nein. Mein Flugzeug ist ein bisschen lang. Oh, der Sebastian ist hinter mir. Ah. Ich habe mich getötet. Was? Wie du lebst noch? Willst du mich verarschen? Nix. Alter. Was? Oh, ich habe dich nicht mehr gesehen. Sorry. Aua, aua, aua. Oh, das Schild. Oh, der hat seinen Titan hier. Was ist das denn? Oh, der hat seinen Titan. Der hat seinen Titan. Oh. Was er gegen meinen schafft. Was ist los? Chinpok, come on. Was ist los? Ja, komm. Jetzt steht bei mir erneuter Verbindungs-Aufbord zum Server. Lol. Super. Aber ich sollte ja hier reinkommen. Der Server kann nicht voll werden. Ne. Oh, meine Keime. Ah, der ist schon tot, ja. Ja. Verbindungs-Aufbord zum Server ist abgelaufen. Wow. Wo ist der Sebastian hin? Irgendwo hier unten? Läuft er noch lang? Ich komme. Alter, warum kriege ich das nicht platt, Mann? Oh, ich bin aber... Dabei habe ich sogar das eine Ding reingehauen, was du mir gesagt hast. Es ist aber auch alles rot. Der ist eh schon tot. Ja, eben. Ich bin eh schon tot. Mich kann man nicht töten. Aber finde ich auch lustig, dass der Kenny immer wieder lebt, wenn er gekillt wird. Ja, ist cool. Da ist der Zipps. Aua. War sehr überrascht. Ich auch. Oh. Nein, nein, nein. Nein. Da kriegt er mich. Gut, aber auch Zeit. Ready for Titanfall. Ey, das habe ich ganz genau gesehen, dass du da lang gelaufen bist, mein Freund. Hast du? Oh, schade. Ich habe auch gesehen, dass du gerade hier irgendwo warst. Ich glaube, mein Navi spinnt. Ich habe mich gerade verflogen. Ich bin gerade beim Uranus. Wo kann ich hin? Warte, du bist im Ur-Anus? Ja, da bin ich. Da bin ich Navi. Ich bin Navi. Achso. Ne, du bist immer noch nicht hier drin. Stimmt. Ja. Wo ist er denn? Irgendwo. Du hast schon wieder einen Titan geholt. Das gibt es ja nicht. Was? Du hast ihn einen Titan geholt? Alter! Ich hasse es. Ich hasse das. Wie die Pest, Alter. Ohne Scheiß. Hier, Fick. Was ist da hin? Was denn? Guck mal, da ist er doch da hinten. Der müsste jetzt von rechts gleich kommen. Micha, geh du rechts rum, ich gehe hier rum. Boah, da hat er bumm gemacht, ey. Alter Schwede, hilf dich. Ach, hat er dich gekillt, oder was? Wo ist er denn? Okay, kaputt ist, man fehlt noch. Ja, ja, nee, ich lasse dich im Vorsprung. Okay, okay, ja, krass. Hey, wo ist denn der Titan? Hört sich fair an. So. Sips macht das ganz gut, glaube ich. Wo ist denn der Titan? Ganz gut, glaube ich. Ach, der ist hier. Am Titan bei mir, bei dir. Ja. Im Haus. Oua, oua, oua. Nachladen, nachladen. Sips, denk an das Training. Was für Training? Da drin, okay. Ja, was wir gemacht haben. Ich hab dich ein bisschen... I'm-See-Training. Ja. Ja. Oua, 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 oua. So, und der Teil ist es auch platt. Das ist so recht. Sips, mach mal zwei, nichts gegen dich. Wo bist du denn? Ich? Ja, ich kann nix machen. Nein, nee, nee, du nicht. Ah, mein Titan lebt noch. Ich hab den doch auch gerade hier irgendwo gesehen. Ja, dein Titan, der ist jetzt... Nee, das ist der vom Vemsor. Vom Vemsor? Vom Mörser. Vom Mörser, Entschuldigung, hab ich jetzt gerade... Ja, nee, du warst ja... Du warst ja Vemsor, ne? Ja, ich war früher mal der Vemsor. Ja, ja. Das ist gerade die Nicknames ein bisschen... Ja, ich war der, der immer auf meinen Counter-Strike-Source-Server geflampt hat. Achtung, Sips ist hier. Alter, was ich hier für Aktionen bringe. Aua! Ja, ich hab ihn gesehen. Ich bin hinter ihm. Er sieht mich nicht. Töte ihn. Wie gut. Wo ist er denn? Ich hab ihn. Der ist unsichtbar. Mann. Aber ich hab ihn noch gekriegt. Wie gut an einem Fall ist. Was ist denn kaputt zu wollen? Kommt der? Der ist noch in der Schlacht verschollen. Genau. Ich weiß schon, woran der Fehler liegt. Woran denn? Grafiken-Stellungen. Ich hab nämlich... Das hab ich dir schon einmal erzählt. Wenn es zu hoch ist, braucht es ewig. Das ist ein Bug. Und ich hab jetzt einen Parameter höher gestellt. Und ich dachte, okay, ich hab das Wicher gefixt. Haben sie aber nicht. Deswegen brauch ich so ewig. Nein! Nein! Jawohl, mein Titan. Nee, Murders Titan. Ah, sorry. Ja, der hält irgendwie sau viel aus. Ich weiß nicht, warum. Ist halt mein Titan. Wo ist er denn? Seid ihr da oben? Ich bin auf dem Boden, aber mache Minions kaputt. Okay. Ich sehe ihn nicht. Oha! Wuh! Da ist er. Kämpfer gegen meinen Titan. Oh oh. Was? Irgendwo ist er hier. Mein Titan, der brennt die ganze Zeit vor sich hin. Wie lange der noch brennt? Eigentlich, wenn er brennt, müsste er irgendwann mal hochgehen. Er ist einfach rausgesprungen, haben die gesagt. Einfach so. Jetzt wäre das so komplett neu. Ah. Ja. Da ist er doch. Mit deiner Schuze. Lol, Kopfschuss. Lol. Ja, gleich wird die Map eh neu gestartet, wenn der Kapuze oben drin ist. So, jetzt. Jetzt, jetzt. Gehe ich mal davon aus, ne? Zum Gestalt. Weiß nicht, ist das so? Ja, das ist so. Echt, denkst du? Ach so, nein, das nicht, aber von der Zeit her meine ich. Nee, nee, nee. Da, guck mal, sieben Minuten noch. Sieben Minuten dreißig, dann bist du auch drin. Ja, 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 jetzt. Oh, 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 oh. Der Sebastian hat das Geschütz übernommen. Er schießt auf mich, voll gemein. Das vom Cockpit befohlen habe ich. Und dann hört das auf, oder was mit dem Disconnecten, sagst du? Oh, oh, oh. Ja, ja, es liegt, ich, es liegt echt, glaube ich, nur daran. Weil jetzt bin ich wieder umgestellt und jetzt ist es immer wieder kacke. Okay. Das ist wirklich komisch. Fein, ich habe hier ohne Nähe. Also einfach die Grafike anstellt und runterdrehen. Wo ist er denn? Irgendwo hier, ne? Weiß ich nicht. Also ich habe es gehört, dass die es gerufen haben hier. Nee. Da, da. Da bin ich vergeschrödet. Dieser Asik kam unsichtbar angesprungen. Keine Chance. Wo ist er? Hi. Haha, meine Keime. Ich habe nur gekriegt. Ich brauche das Geschütz nicht. Zwinker, zwinker. Was sagst du? Zwinker, zwinker. Weil ich das Geschütz doch... Boah. Zack, zack. Weil du bist zerquetscht worden. Wuh. Ich? Nee. Au, aua. Aber er hat mich wieder rumgeschrötet. Da ist er, der selbst. Ich sehe ihn. Ich habe keine Granaten mehr. Haha. Mach doch mal einen Titan da. So. Wo ist er? Ah, der kaputt ist noch ein bisschen wieder da? Ja? Den, 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 den. Da voll zusammengetreten, der Titan. Aua. Da, 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 da. Wer ballt ihr den rum? Ja, da ist er platt, Alter. Einen Titan habe ich weggekriegt. Geil. Der ist der Kapuzenwurm. Ich habe zwei, dreimal getroffen. Da, 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 da. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Der kommt einfach rein, ohne was zu sagen. Da, da, da. Ich bin wie ein Fuchs. Überraschung. Aber das Match, das gilt jetzt natürlich nicht. Denn dann gleich, wenn der Resort ist, nee. Wir haben ja nur gegen einen gespielt. Das ist gemein. Klar gilt das Match. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nein, das Match gilt nicht. Ich habe die Titan totgeweiht, habe ich. Ne, geht es nicht los. Ey. So. Man hat eine Seite gefickt, wenn man aber richtig hat. Was ist richtig los? Geht es jetzt hier? Oh, warte, warte, warte. Da ist er, da ist er. Wo ist der Penner? Oh, wo ist der Penner? Shotgun ist auch verboten. Taten sind verboten. Bei mir sind Shotguns verboten. Na gut, ich habe eh keine. Doch, dann. Boah, von beiden Seiten, ey. Wurde ich zusammen geströten. Hier, ey. Das Spiel gilt. Das Spiel gilt. Von mir aus, aber 16,8. Aber das geht nur noch vier Minuten, ne? Das kriegt man doch. Ach, läuft der über mich drüber. An den Titanschlag. Der hat mich gehauen. Hoffel. Ja, das geht. Da oben ist er. So. Der kam mir ja richtig entgegen. Rammte. Kollege. So, der nächste. So siebst. Are you not entertained? Sag ich da nur. Okay. 16,11. Hol dir mich an. Oh, der Mörse. Der Mörse. Der Lüste. Der ist mal mit dem Titan. Ach, meiner lebt noch. Leute, sag das doch mal. Oh, ich glaube, ich habe gerade meinen eigenen Titan gekillt. Kann man ja machen. Möglichst vermeiden. Ach, warum? Ach, scheiße, ey. So. So. Jetzt gibt es Pumpen-Action für dich, Kollege. Ja, ja. Ich habe also, dann geht er auf unfaire Mittel. Lol. Unfaire Mittel. Oh, und der Titan ist platt. Oder nicht? Wissen hier. What the fuck? Ja, ja. War zu schossen. So, ja. Wer hat denn die Granate geschmissen? Ach, der Zipst noch von der Seite da. Zipst. Zipst. Heiratet. Ich glaube, wie gut. Was für ein Team wir sind. Du standst im Bilderbuch auch schon. Boses hat auch schon gezeigt, dass wir gut das Team sind. Ah. Wuh. Das ist einfach so übertrieben, was hier abgeht, ne? Hardcore. Hardcore. Aber richtig. Noll. Du bist der tot. Äh? Elektrogranate? Ach so, das. Granate. Ah. Nein, aua, aua. Nein, hör auf. Hör auf, aua. Ich habe keine Muni mehr gehabt. Wie schlecht. Wie heftig, ey. Hallo, Titan. Hallo, Titan. Ja, meiner. Ich begrüße den auch. Guck mal hier, kriegt eine Rakete in den Arsch, ein Titan. Die Minions sind einfach so dermaßen dumm. Ist einfach so heftig. Maja, lol, ey. Weißt du? Werde ich von da hinten noch weggeholt, von dem Titan. Jo. Wo? Muss hier weg. Zipst, go, go. Do it. Ich bin dabei. Do it. Ja, super, Aids. Na. Oh, ich. Ah, da ist er. Nein. Aua. Yeah. Weggekickt. Weggekickt. Bitch. Was ist denn der Sebastian Ingerand hier? Weiß nicht, ich bin irgendwo. Uuuuuh. Leute, Titan hat mich gekillt. Okay, geil. Fick dich. Ach so, das ist mein Titan. Jawoll. Und der auf einmal. Und der, ja, also, ist auch kaputt. Nice, nice. Oh, Böck hat ja halt einen Frontsoilat. Mann, ich wollte schon krass. Oh, der kaputt ist nur bis da drüber, ey. Können die jetzt auch sagen, boah, jetzt zeig ich ja eine, ey. War ja keiner da. Rösser halt. War ja keiner da. Aua. Geht denn jetzt ab? Haha. Bin ich denn hier? Hä, bin ich denn hier rausgekommen? Ja, shit, man. Du hast ein Leben unter Elite-Soldat. Elite-Soldat trifft dich nicht, weißt du? Recht, ein Leben hatte ich nur noch. Ja. Oh, drei Sekunden, oder ist das Match vorbei? So, erst mal eine fette Rakete abgekriegt. Aua. Oh, ja, warte, ich muss eben nachladen. Oh, lol. Hahaha. Oh, der ist tot, der Titan. Scheiße, jetzt höre ich die Granate daneben geworfen. Ach. Ja, gut, mit der Pumpe bist du natürlich dann im Vorteil bei so Close-Range, ey. Oh, yeah, wir haben gewonnen. Ach, 23, 27 war aber gut für das. Ach, verloren ist das neue gewonnen. Nee, komm, du hast alleine gespielt, wie lange auch so. Oh, die Pumpe, ey. Respektable Leistung. Ja. War nicht schlecht eigentlich dann. Hab dir gut aufgeholt. Ja, stimmt. Muss man sagen. Äh, sollen wir jetzt mal durchmischen? Andere Teams mal machen, oder? Wir sind die Siege der Herzen. Ja, können wir machen, wie wollt. Ja, würd ich sagen. Und dann seht ihr in der nächsten Folge. Ja, warte, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen ja doch entkommen. Ach so, stimmt ja. Aber das schafft ihr doch nicht mehr. Der ist auch noch platt hier, Alter, geil. Geil. Alle zwei tot? Aua, aua, aua. Pass auf, hinter dir, Micha. Da oben. Oh, oh. Ja, ich komm eben weg. Siebst, hast du beide gekillt? Oh, oh. Äh, keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht. Sorry, Leute. Nimm mich doch mit. Was ist das so, Ding? Komm jetzt, komm jetzt. Ja. Ja, jawoll. Hast du noch geschafft? Oh, hallo, Siebst. Ich bin direkt. Verdammt. Siebst, schön entkommen. Sind sie heute entkommen? Nice. Oh, so. Wo fliegen wir hin? Ja, in die nächste Folge, ne? Also, haut rein. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Evet. Tschüss. Tschüss. Little t Hollandia. Vallee. Kurve. Untertitelung des ZDF, 2020